OOWV – Dein Trinkwasserversorger in der Region. Daseinsvorsorge ist Vertrauenssache. Seit über 70 Jahren vertrauen die Menschen im Nordwesten dem Oldenburgisch-Ostfriesischen Wasserverband, OOWV, einem der zehn größten Wasserversorger in Deutschland. Wasser ist lebenswichtig. Trinkwasser aus der Region für die Region. Wir versorgen mehr als eine Million Menschen und sichern damit Wachstum und beste Lebensbedingungen in Stadt und Land. Das ist unser Beitrag zur Daseinsvorsorge. Dazu gehört auch die zuverlässige Reinigung des Abwassers. So können wir es dem natürlichen Wasserkreislauf zurückgeben. Wir bieten Chancen und übernehmen Verantwortung. Für mehr als 800 Menschen im Nordwesten sind wir Arbeitgeber und bilden in vielfältigen Berufen aus. Als kommunales Unternehmen sind wir ein Partner der Landkreise, Städte, Gemeinden und Samtgemeinden. Daseinsvorsorge ist unsere Leidenschaft. Die Leidenschaft Untertitelung des ZDF, 2020